Wurde mit Schwamm abgeworfen und Lehrer sind nur manchmal höflich. Was steht auf dem Grabstein eines Mateläres? Damit hat er nicht gerechnet. Super chillige Leute, super chillige Schule, super chillige Lehrer, 10 von 10 würde sitzen bleiben. Ich wurde gezwungen in diese Schule zu gehen, jeden Tag diese komischen Leute. Posterein dann, falls wir uns nicht wiedersehen.